Mach mal, zieh mal Handbremse an, nimm den Gang raus. Hier, Schüler, deine Scheibe ist dreckig hier, siehst du das? Guck mal, mach die mal sauber, oder? Geht nicht. Geht nicht? Nein. Scheiße, komm mal wieder rein, schnell. Sag mal, kannst du dir vorstellen, dass das Auto vielleicht auch einen Scheibenwischer hat? Ja. Leck, geil. Putz doch nochmal das ganze Auto von raus. So, Schüler, nachdem wir uns alle köstlich amüsiert haben, wollen wir auch nochmal gucken, wie es richtig geht. Also, wenn du da aufdrückst, auf Auto, dann ist der Scheibenwischer an. Und wenn du jetzt den Hebel ziehst, zu dir, ach, mach nochmal, dann wischt, also, dann haut er sogar Wasser auf die Scheibe.